Okay Maxi, leg mal los. Wir sind ja Maxi, machen Challenges, bei denen ich immer bin, aber okay, manchmal nicht, aber trotzdem bin ich viel geiler als das Großmallgang. Ich fress keine Scheiße, ich kann alles gewesen worden, wurden besser sein. Ja, das ist mein Text. Er stopft sich am meisten Papier in die Fresse, was ich nicht schaffe. Ich kriege dennoch die Bestrafung, aber das wird in die Reise. Hey, was? Wir machen Challenges, die AA sind. Papier in die Schnauze und legen uns in den Bach. Ich flieg auf die Fresse beim Schlittschuhlaufen, stell die Wand an, aber mache dafür einen ziemlich großen Haufen. Ja, Maxi. Zehn Arten von dummer Junge, sind nichts im Vergleich zu das. Was labert, wofür einer vergleicht, das gibt's schon manchmal nicht. Maxi winner manchmal nicht, ja der Penner manchmal nicht, aufs Maul liegen immer doch, aber auch nicht immer, drückt der Abo-Button von Wir werfen was im See und holen's wieder raus. Mein Bizeps brennt nicht, er explodiert. Und Jan der Sparfug, er spart Büchse, oder doch eine Pfütze. Jetzt kommt Doktor Hasenzahn, oder auch der Pinselkopf. Scheiß die Wand an, scheiß die Wand an. Maxi oder Jan, wer gewinnt, das ist die Frage. Natürlich gewinnt ich. Oder ich. Jan schneidet die Bibi auf die Luft und bringt doofe Effekte rein. Und deine Füße riechen nicht nach Käse, noch mal nach Toilettenwurst. Wir machen einen Nerf-Wog und schießen mit der Nerf. Manchmal nicht. Maxi winner manchmal nicht, ja der Penner manchmal nicht, aufs Maul liegen immer doch, aber auch nicht immer. Jetzt klickt den Abo-Button und teilt dieses Video auf Facebook, Twitter und Instagram. Jan schneidet die Videos. Okay, ich schnall schnuck. Nein, du machst, ich mach's Papier und ich mach Schere. Nein, das ist okay. Jan, schneidet die Videos und macht doofe Effekte rein, so wie er.